Moin Moin, willkommen zurück zu Tunic. Wir befinden uns in der Kanalisation, was einer der Orte ist, um zu dieser Westglockenturm zu kommen, bzw. die Westglocke zu läuten. Komm ich hier rauf, ne? Nee, komm ich nicht rauf, okay. Die kann ich hoch, ne? Ja, perfekt. Okay, guck mal, zumindest einmal speichern, was ja auch nicht verkehrt ist. Guck mal, gibt's hier irgendwo weiter? Geheimgänge? Ist ja gespickt mit Geheimgängen, das Spiel. Muss man einfach mal sagen. So, hier drücken wir mal irgendwas. Okay, hier ist die Oberwelt, hier gibt's auch irgendwas. Krabbe hat eine harte Schale, aber Krabbe hat Freunde. Mehr Fragen als Antworten. Freundlicher Vogel, der gern Schlaums ist. Okay, das ist auch gut zu wissen, dass der Schlaums ist, denn die kann er auch ruhig wegmachen von uns. So, weg hier. Oh, Mist. Müß, ich wollte wegjumpen. Das klappt ja nicht mehr, aber wir trinken ja mal einen. So. Dann ist doch eine Truhe. Truhe im Wasser. Aber da kommen wir nicht hin, ne? Kann ich hier irgendwo rauf? Ja, ich kann hier durch, ne? Bringt mir das Wasser hier durchzugehen? Nein. Bringt mir gar nix. Ne, hier ist nix. Okay. Hier können wir noch nicht viel machen. Müssen wir da einmal rausgehen, hier? Da wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Weg hier. So, nächstes Mal kann ich wegjumpen. Das ist ein bisschen nervig. Guck mal, vorher ganz gut. Ich geh mal kurz hier hoch, bevor wir irgendwas machen. Bis das hier irgendwas verlaufen hat. Ne, achso, da kann man die Brücke wieder runter machen. Gut. Wieder so eine Art Abkürzung wahrscheinlich. Kann ich nicht, aber ich geh mir trotzdem mal hier längs. Hier ist aber nix. Ne, auch nix. Diese Schlotze hier, die bremst mich ganz gut. Okay. Warte mal. Ich glaube, wir können vielleicht doch besiegen. Okay. Man kann es zerstören, aber wie seht, muss man da wirklich ein bisschen taktischer vorgehen als ich. Warte mal. Können wir so, wie man runter macht die Brücke schon mal. Warte mal, nicht mehr so einen langen Weg. Wie geh ich jetzt mal hier weiter. Oh. 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 Oh, fuck. Die haben gerade reingeknallt. Aber, nicht verzagen. Früchtchenfragen. So. Ob das so viel Sinn macht, vielleicht hätte man das aufbewahren sollen für den Boss oder so was oder für irgendeinen Boss. Hier geht es auf jeden Fall raus, aber es geht auch hier weiter. Auf jeden Fall keine Gegner. Aber hier ist auch nix. Oh. Irgendwie bräuchte ich mal ne Lampe. Was? Warte was? Ne, man bräuchte irgendwie ne Lampe. Oder irgendwie sowas. Hat man leider nicht. Gut. Dann lass uns mal hier raus gehen. Oh. Ne, warte. Das ist wieder so ein geschützter. Warten wir kurz mal. Aber wir können auch da längst. Wir können auch ins Wasser gehen. Da kann uns das geschützt nix anhaben, ne? Oh, wer ist er denn? Okay. 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 Mal weg hier. Oh. 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 Das ist ja richtig dumm gerade. Oh. Aber. Da kann ich mich ja gerade so ein bisschen drüber aufregen. Aber. Wir haben ja ne Abkürzung gemacht hier. Irgendwo. Oh. 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 Die kommen echt alle hinterher. Oh. 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 Wie dumm war das denn von mir. Ich hätte gesagt, dass nicht alle hinterher kommen. Aber die kommen tatsächlich alle hinterher. Gut. Haben wir unsere ganze Kohle verloren wahrscheinlich jetzt. Gut. Aber die hier kamen die auf jeden Fall nicht hinterher. Die können wir aber nur einmal schön hinter uns lassen. Oh. Oh. doch nicht weg! Alter Schwede! Okay, die sind ja wirklich nervig. Dann müssen wir die doch platt machen. Ach guck mal, der macht sogar die Gegner platt, das ist nicht gut, aber es war trotzdem nervig. Es kann nervig werden, wenn man sich so vorsichtig rantasten muss, schon wie bei Souls. Oh, der kommt auch hier hin! Mann! Was ist das denn? Okay, hier müssen wir schon aufpassen. Okay. Oh! Oh, komm weg! Nein! Na, was ist denn da los? Wie dumm ich bin. Na gut. Okay. Puh! Hier ist auch schon wieder... Also ich glaube, man kriegt bestimmt irgendwie die Fähigkeit, wo man springen kann irgendwann, oder? Oh! Kann ich mir gut vorstellen, als die noch kommt. Guck mal, jetzt geht es hier rüber. Aber hier gibt es noch irgendwas? Da können wir auf jeden Fall nur eine Abkürzung freischalten, das machen wir auch direkt. Ah, guck mal, wir speichern direkt hier nochmal, damit wir alles haben. Und hier nochmal zurück. Das ist ja Wahnsinn. Dann kann man hier reingehen. Dann muss ich das heilen. Ja. So. Hm. Können wir rüber gehen? Können wir hier raus gehen? Was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt mal hier rüber gehen? Ich weiß nicht, wir gehen jetzt mal hier rüber. Oh, hier kommen ganz viele. Pass auf. Irgendein Getränk. Yeah. Irgendein Getränk. Was für ein Getränk ist das? Ich weiß nicht wofür, das sieht aus wie ein Magiegetränk. Aber ich will hier nicht verballern die Sachen, weil ich mir vorstelle, dass man die vielleicht noch gebrauchen muss. Ah, wir sind wieder draußen. Wo bin ich denn? Ach, ich bin hier drin. Ach, guck mal, ich bin hier unter dieser Brücke. Du hast eine Lampe gefunden. Siehst du, ich hab doch gedacht, dass wir eine Lampe brauchen. Jetzt haben wir eine Lampe. Es leuchtet alles heller. Aber mit diesem Ding können wir nichts machen, ne? Ne. Guck mal, jetzt können wir auf jeden Fall in dieses andere Ding da rein, wo wir hinwollten. Also, wo wir hinsollen, in diese... Ja, was war denn das? Irgendwas Dunkles, ne? Das dunkle Grab, oder wie es hieß? Guck mal, wie hell das jetzt ist. Ach, guck mal, jetzt sieht man auch hier viel mehr Sachen. Gibt's auch noch einen Weg. Ahem. Oh. 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 Weg hier! Oh. Oh. Oh, fuck. Der ist auch stark, ne. Oh. Nein! Er hat gar nicht mehr so viel Leben. Der hat uns fast platt gemacht. Also nicht nur fast. Hab ich irgendwas, das ich trinken kann hier? Was ist das denn? Testen wir mal. Irgendwas ist ein eisiges Ding. Shit. Hab ich einfach so versaut. Was ist das? Ah, ich mag das gar nicht nutzen. Ach, warte mal, warum verbrauch ich das gerade? Wir haben ja hier so eine Karte, wo alles drinstehen. Wofür das ist, ne? Da. LP. Ach so, das ist eine positive Versteckung. Was ist das? Bombe, Bombe, Bombe. Schlüssel. Chili. Efu. Attribute. Lassen Sie Chili mal benutzen. Ja, benutzen Chili mal. Okay, irgendwas ist stärker geworden, aber... Ist im Endeffekt auch egal. Hm. Keine Ahnung, wir müssen erstmal den Schalter hochlegen hier. Wir haben zwar nicht mehr viel Leben, aber... aber irgendwie... sind wir auch weitergekommen. Da können wir zumindest nicht mehr speichern, das ist schon mal gut. Mal die Karte angucken hier. Unter der Erde. Oder da hat irgendwas einmarkiert, seht ihr das? XXX, XO. Festung des Südgewirbes, okay. Okay. So. Hier geht's im Fall auch längs. Komm, bloß längs wohin. Doch, hier an der Seite vorbei? Ne. Ist hier noch irgendwas? Ne. Gut, dann gehen wir die Treppen da hoch, oder beziehungsweise die Leiter. Ja. Hoch da. Wie flott der diese Leitern hochmarschiert, oder? Äh? Ach, wir kommen wieder raus. Ah, warte mal, das war perfekt. Hab ich nicht gesehen, aber... Seht ihr das? Das ist ja lustig, das hat man ja natürlich vorher nicht gesehen. Die Schatten, die sehen ja richtig gut aus. Gut. Jetzt können wir doch... in diesen anderen Bereich... wo wir hinwollten. Also, wo wir hinwollen. Jetzt waren wir in der Kanalisation. Jetzt können wir doch zu diesem Dunkelgewölbe da gehen, oder nicht? Genau, das können wir, glaube ich, machen. Wo war denn das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Trotzdem gehen wir erstmal hier längs. Oh. Ah, hier muss ich einfach durchlaufen. Oh. Weg. So, ich glaube... War das hier runter? Zu dem Heini? Ich glaube schon, ne? Hinterkanalisation. Nee, da waren wir ja schon. Nee, hier war das nicht, hier war das nicht. Jetzt weiß ich, wo es war. Genau da, wo wir rausgekommen sind gerade eben. Hahaha. Ich bin auch ein super Typ, ey. Ganz ehrlich. Und lauf! Lauf! Oh, Mann! Hier war das. Pass auf! Oh, Mann! Oh, Mann! Hier rein. Hätten wir einfach nur geradeaus gehen müssen. Ist halt doof von mir. So, jetzt können wir da rein. Dunkelheit. Oh, warte. Warte, hab ich getroffen. Okay. Oh, guck mal hier. Also, wie schnell man hier sterben kann. Also, ohne... Ohne Licht könnte man es ja gar nicht schaffen. Niemals. Oh. Oh. Back here. Nein. Ich dachte noch, so oft wäre es hier bestimmt nicht sterben in dem Spiel. Aber nee, ich sterbe ziemlich oft. Na gut, aber wir fangen ja nicht so weit von unserem Sterberort an. Oh. Oh. Da müssen wir schon aufpassen jetzt. Das finde ich wieder... Das sind unsere Sachen. Ah, der hat mich echt getroffen. Wenn wir herkommen. Oh, jetzt kommt er von der Seite. Diese fiese, fiese. Oh. Na komm, geht doch da durch. Guck mal. Die Starre machen auch euch platt. Haha. Gut für uns. Ich gehe trotzdem erstmal hier längs. Aber man sieht ja wirklich gar nichts, ne? Aber hier ist nix in der Ecke. Ne. Da ist eine abgebrochene Treppe. Da kommen wir nicht hoch. Ich glaube, hier können wir bestimmt irgendwann springen, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß natürlich nicht. Aber... Ah, Mann. Ah, Mann. Das ist mir für Eben. Come on, hier. Was ist das? Okay, kann ich anmachen. Was ist das? So ein Schädel? Kann ich zwei Schädel irgendwo anmachen? Ist da noch irgendwo einer? Auf der anderen Seite vielleicht? Habe ich gerade eben nicht gesehen vielleicht. Da, noch einer. Okay. Ah ja, guck mal. Es tut sich eine Treppe auf. Aber wie komme ich an die Tour ran, ist die Frage. Warte mal. Da muss man doch irgendwie hochkommen. Hier hoch. Warte mal, hier hoch vielleicht? Ja, guck mal. Gute Karte. Was machen wir für die ist? Gut. Gehen wir mal runter. Ich hoffe, dass jetzt schon ein Boss oder sowas kommt. Da ist nicht so viel Zeit für. Okay, aber was immer das ist, was man da machen kann. Wir müssen es wahrscheinlich machen. Kleine Laser-Dinger. Hier geht es runter. Und hier geht es zu einer Trist... Äh, Kiste. Eine Lichtbombe. Oder eine Bombe oder was auch immer. Das ist so ein kaputtes Vasenstück. Ach, guck mal. Ah, drei Stück davon gefunden. Und wir kriegen dann noch ein super Getränk. Das ist natürlich cool. Jetzt haben wir schon vier. Okay, die drüben sind auch hier, aber die kommen wir nicht so leicht rüber. Oh, wie fies war das denn? Die kam doch jetzt gar nicht gerade hoch. Oder warte mal. Da muss man drüber rollen, okay. Das war gerade gemein. Hätte ich mir denken können, aber eben auch nicht. Okay, hier drüben war, glaube ich, ein Weg. Gucken wir, glaube ich, durch, ne? Okay, diese Dinger, kann man schon irgendwas mitmachen? Oder was? Weiß ich nicht, ob wir die Sonnen kaputt machen? Ich glaube schon, ne? Äh, warte mal kurz. Jetzt nur ein Laserstrahl. Okay. Kann man Schild dagegen was ausrichten? Nee, das geht nicht. Okay, gut. Boah. Guck mal, einmal her. Nein, Leute. Warum? Warum? Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Ich hoffe, ich muss nicht den ganzen Kram nochmal machen hier. Ich glaube, ich kann da direkt runtergehen, ne? Das wäre ganz cool. Sondern da wäre jetzt wirklich Nerven aufreinend und nervig. Aber das kann natürlich auch sein, dass es so ist. Oh, komm schon. Was mache ich denn da? Okay. Ah, wir können direkt runter. Okay. Was ist das direkt machen, bevor wir uns eigentlich angreifen? So. So. Dann mal runter hier. Perfekt. Okay, die müssen wir ja mal mischen. Natürlich cool, dass man die direkt da reinballern kann. Die beiden da drüben brauchen wir nicht killen. Die Truhe haben uns ja schon geholt. Okay. Scheichern wir ihn. Genau. Wollte ich gerade sagen. Wir können die jetzt, glaube ich, einfach da reinlocken. Wollten die alle weg? Okay. Oh, Alter. Wie nervig er ist. So, wenn wir hier durchgehen. Da geht es, glaube ich, einen Weg. Aber hier unten muss ich auch mal erst durchforsten. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Hier ist nämlich auch noch ein Weg. Okay, aber ich glaube, da oben ist aber auch ein Weg. Also, tut noch mal kurz was. Eine Münze. Wenn wir rufen, wenn wir die gebrauchen können. Zurück. Da muss man wirklich mutig sein, da längst zu gehen. Könnte ja auch eine Falle sein, ne? Da muss man nebenbei. Also, ich bin sehr mutig, wie man merkt. Okay. Oh, ah, okay. Muss natürlich auch passen. Wenn man die falsch kaputt macht, dann schießt es natürlich auf einen selber, ne? Ein paar Münzen drin. Da geht es, ist ein Schalter. Wohin mir der Schalter hinführt. Okay, er führt auf jeden Fall zum Licht. Hier haben wir ein paar Münzen mit, oder? Nein, noch nicht. Hier? Auch nicht. Hier? Ah, guck mal. Wo wir landen. Was soll wieder hier? Okay. Alle Wege führen hier hin, anscheinend. Hier mal rausgehen. Ah, guck mal. Hier sieht man nochmal, aber erst mal ist hier eine Kiste. Das ist mal ganz wichtig. Und, dann haben wir hier nochmal ein Fernrohr, um noch ein bisschen Übersicht zu haben. Da oben ist so ein Glockending wieder. Okay. Lass mal gucken, wo der Pfeil hinzeigt, wo wir hin müssen. Da unter dem Strand waren wir ja auch schon. Westgarten. So, jetzt muss ich auch mal kurz hier rauf gucken. Ein bisschen nervig mit dem Blättern. Westgarten, das ist da genau da, wo wir hin müssen jetzt. Okay. Oh, wunderschön hier. Westgarten. Okay, da sind wir jetzt im Westgarten gelangt. Ich hoffe, wir können gleich hier irgendwo speichern hier. Das würde mir wahnsinnig helfen. Guck mal rum hier. Da drüben ist eine Speicherstelle. Wie kommen wir da hin am besten? Von da aus gar nicht. Hier kommen wir von hier, vielleicht drüber kommen. Zur Speicherstelle. Wunderbar. Ja, guck mal, da kommen wir direkt hin. Machen wir auch direkt. Weil genau dort hören wir nämlich auf. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.